Hi, ich bin Luzi Ebert, das ist Maja. Maja ist eine zweieinhalbjährige Painthorse-Mixstute und ich wollte euch kurz bei Majas Hufen hier was zeigen, weil man das hier wunderbar so sehen kann. Hier seht ihr diese Furchen und das ist ungefähr ein halbes Jahr her, wenn wir davon ausgehen, dass das Horn von hier nach da etwa ein Jahr braucht. Das war jetzt ungefähr so zum Weideauftrieb, würde ich sagen. Hier kommt diese nächste Rille, die ist wahrscheinlich die Umstellung zu uns. Genau, weil das ist jetzt erst so ein paar Monate her und das wächst hier oben schön langsam raus. Beim anderen Hof sieht man das auch. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Maja, mach mal den Schatten weg. Das kann sein, dass wenn das runter wächst, dass das dann einfach ein bisschen ausbricht. Das kann der Hufschmied oder der Huflieger dann einfach ein bisschen glattfeilen und dann ist das einfach wieder okay. Genau, nur so als kleine Erweiterung eures Wissens.